Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal ein bisschen Hypixel Sky Wars und ich habe ein Thema mitgebracht, was sehr wichtig ist, deswegen möchte ich auch das Video uncut lassen, um das Ganze zu erläutern. Das ist by the way mein 10. Aufnahmeversuch. Ich habe vorher auch andere Spielmodi und so probiert aufzunehmen, unter anderem Bad Wars und so und das hat nicht so gut geklappt. Aber ja, ich will auf jeden Fall straight zum Punkt kommen. Es kommen jetzt zwei Videos die Woche. Grund dafür ist, weil ich weniger Zeit habe. Hört sich komisch an. Mehr Videos, aber weniger Zeit. Für die, die es nicht wissen, ich habe ja immer daily gestreamt, die ganze Woche lang und das sind halt eben 10 Stunden oder so die Woche, die ich einfach für Schule verwenden könnte. Und anstattdessen setze ich mich halt einmal hin und mache eine Stunde länger irgendwelche Videos und die kommen dann halt mittwochs. Weil theoretisch gesehen, also ich mag halt dabei bleiben bei dem Konzept, dass eben samstags um 11 Uhr ein gutes Video kommt und dabei wird es auch bleiben. Da auch bestehe ich. Ich habe irgendwie nicht so viel Bock gegen den Blut gerade zu fighten, weil der macht viel Damage. Oh, er ist tot. Also auf jeden Fall werden jetzt mittwochs kürzere Videos kommen, das heißt nicht so krass aufwendige, wie ihr sie von Samstags Uploads gewohnt seid. Was heißt krass aufwendig? Also ihr wisst, was ich meine, halt eben bessere Videos, die mehr Zeit in Anspruch nehmen und samstags kommen dann halt eben ganz normal. Und mittwochs kommen dann halt eben etwas kürzere Sachen. So, Twitch-Livestreams, wir streamen jetzt nur noch am Wochenende, das heißt Freitag, Samstags, Sonntag. Ich werde mir überlegen, dass wir dort vielleicht was Besonderes machen, das heißt wir werden nicht einfach nur unsere Games runterspielen, dabei ein bisschen reden, so wie jeder andere Streamer, sondern wir werden vielleicht an einem Turnier teilnehmen oder so. Also ich muss mal ein bisschen schauen, wie das Ganze läuft, eventuell auch Events hosten, einen SMP aufmachen. Das ist aber alles jetzt so ein bisschen Zukunftsmusik und Kollege, wenn ich den kille, kann ich die Aufnahme beenden, dann ist er eigentlich perfekt. Das hier ist bis jetzt mein bester Aufnahmeversuch. Ja, was würde ich sagen? Also so würden wir das dann halt machen, zwei Videos die Woche, mittwochs 14 Uhr, samstags um 11 Uhr. Mittwochs kürzere Videos, wenige aufwendige Videos meine ich, samstags mehr aufwendige Videos. Ei, nee, du willst mich nicht angreifen. Ach man, oh, ist ein Fallschaden gestorben. Egal, ich gehe mal in die Lobby, dann kann ich nämlich fertig reden. Und dann gibt es halt eben freitags, am Tag, am Tag die Streams, da habe ich noch keine feste Zeit, aber eher morgens oder abends, denke ich. Also so zwischen 11 und 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr werde ich dann halt anfangen zu streamen. Und TikToks, das ist jetzt eigentlich unwichtig, aber TikToks werde ich mal versuchen, so alle zwei, drei Wochen eins zu posten. Weil TikTok ist mir eigentlich nicht so wichtig. Trotzdem habe ich mir als Ziel gesetzt, 100.000 dort zu erreichen. Und das geht halt eben nicht, wenn man nichts hochlädt. Aber vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit. Ihr seid echt krass. Und ich weiß gar nicht, wie viele von euch abonniert haben, wie viele noch nicht abonniert haben. Aber ich schätze mal, es sind einige. Ich schaue mal kurz nach auf dem Handy. Also, Freunde. 66% von euch haben einfach noch nicht den Kanal abonniert. Und wir wollen ja die 1.000 packen. Also abonniert einfach mal jetzt rein. Macht die Glocke an, ganz wichtig. Macht die Glocke an, damit ihr auch immer eine Nachricht bekommt. Denn jetzt kommen, wie gesagt, zwei Videos die Woche. Und ich würde sagen, genug geredet. Ja, wir sehen uns am Samstag mit einem richtigen, geilen Bedrock Video. Bis dann. Tschüss.